Ja, das wäre richtig geil geworden. Dann eine top gemoddete AK, also ein AKM super und Kopfhörer 1A und Helm. Ich konnte ja gar nicht überall reingucken, weil ich ja dann schon lang lag. Drecksporn, hier vorne ist auch schon ein Sporn vor uns, oder? Ja. Und hier rechts neben uns gibt es auch einen. Ja. 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 Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das wäre wohl besser. Ja. Ja, ich würde sagen, ich würde sagen. Ja, das wäre ja alles gut. Ja, das wäre ja beFSca. Ja, diese differences. Die ist mittlerweile nicht so. Ja, das wäre ja noch besser geworden. Ja, das ist nicht nur. Ja. Das wäre alles weg. Ja, das wäre toll. Ja, das wäre toll. Ja. Es ist bestimmt wieder einer vor uns oben auf den Berg, den wir wieder anschießen und dann ist er spurlos verschwunden. Wie der verschwunden ist, das war ein Auge-Rätsel. Nichts gehört, keine Schritte, nichts. Er war einfach nicht mehr da. Ein anderer Blick, dass ich das hier hasse. Jetzt kam hier so ein Blatt vor die Linse an und da habe ich jetzt auch da runtergekommt. Ich bin auch kein Deutsch. Ich würde ja auch gerne mal auf den Sniper felsen, aber ich habe immer Angst, dass mich dann andere Sniper zieht. Die wissen ja auch, wo die liegen. Und dann ist auch die ganze Straße schön im Blick. Um. 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 Ich guck mal rüber zum Bausteller. Wir ziehen den Einbus. Das waren Sketchspieler. Aber was zählt auch noch für die Strasse? Ne, zählt nicht immer zu weit weg. Miene gefunden? Geil. Mienen, Johnny. Geil. Wie viele Miene zippelt sich hier. Okay. Oh, das ist sicher schon heute bei gar nichts. Nee. Neh mal vor, ich guck mir den mal an. Es sah aus, als hat er ein Grizzly ausgepackt und wollte sich da zusammennähen. Kann man jetzt lassen. Freunde des schallgedämpften Beschusses haben ihn nie... Oh, da hat er tatsächlich ein Grizzly ausgepackt. Mhm. Alter, ein P20-Rucksack hat er sogar. Geil. Hat er. Hat er. Oh, ich hör'n's, gell? Wir leiern schon wieder irgendwas, was identifiziert werden... Er kriecht hier noch rum, bei uns. Bei mir. Wie immer? Doch, hinter uns kommt was, hinter uns ist einer. Legts um? Ja, ich seh'n grade nicht mehr. Ich bin tot, okay. Ach du Scheiße. Ich hab extra hinter uns geguckt, aber weder was gesehen noch gehört. Ninja war das. Wo warst denn du? Ein Stück weiter links von Stefan. Also so in weiter Richtung Baustelle war das. Stefan, sie haben jetzt Richtung Hangen. Ich hab ihn noch ganz kurz gesehen, konnte aber noch nicht schießen. In welche Richtung ist er gelaufen? In welche Richtung ist er gelaufen? Der hockt er immer noch. Wenn ich wüsste, wo Stefan hockt. Im Wald. Wir. Ja. Haben wir vorne nebeneinander gesessen, oder nicht? Nicht ganz. Über den See drüber und ein Stück weiter links. Stefan. Okay, und der Typ war da schon über die Straße wahrscheinlich, ja? Und ich war direkt über den See drüber im Bus. Ja, der ist rechts. Der ist links neben der Straße, wenn wir zurückgucken, wo wir hergelaufen sind. Hm. Da ähmt gerade die Leiche ab. Hm. Man hat ja ähmt eigentlich in die richtige Richtung. Ja. Mhm. Aber ich hab ja nur Gebüsch. Ja, ja. Wär geil, wenn ich deine Leiche liegen sehen würde irgendwo. Hm. Ich brauche. Ich brauche mich weit vorne an der Seekante. Im Bus. Oh. Aber weiter vor kannst du nicht gehen. Das sieht du dich. Hm. Wer hat nen Nate geschmissen? Ich war das. Okay. Hm. Also irgendein höre ich um Anliegen, aber ich weiß nicht wer das ist. Warte mal. Machen wir. Nee, das bist du nicht. Okay. Das ist er. Mann, ich sitze auch hier doof in dem Gebüsch. Mann, das ist nicht hoch. Und die Sonne scheint mir an die Fresse. Also leuchtet mich an. Äh, der huckt doch mal genau vor mir, aber ich seh ihn nicht. Na ja, dann lass ihn den ersten Schritt machen. EN Zepto. Schieß mit APM. APM, ja? Ja. Dann hat er wahrscheinlich wieder eine VBO oder sowas dabei. Die VBO, hm. Mit Schaltdämpfer. Ja. Naja, da liegt genau irgendwo vor mir, aber ich seh ihn halt einfach nicht. Mhm. Da steht auch. Das ist klar. Ich bin tot, vergiss es, Alter. Ich seh ihn nicht, aber er sieht mich oder was? Ja, ich hab ihn ja auch nicht gesehen. Hm. Erzählt mir doch keinen Scheiß, Alter. Warte mal. Ich hab halt keine Idee, wo was sein kann. Ich würde mich mal zurückziehen. Wenn er hier vorne über die Straße kommt, kriegt er seine Packung. Offensichtlich. Wenn mich nicht hier jemand entdeckt, den ich wechsleit. ... ... ... ... ... ... ... ... Und hier ist ein Skeft, könnte ich umbringen. Ich habe vorhin schon ein Skeft gehört, aber ihr musstet ja sterben. Wenn hier unten zum Fluss geht, höre ich es. Johnny, grüß dich! Schnauze jetzt! Muss jetzt der blöde Skeft kommen, Alter? Ich meine, solange er mich in Ruhe lässt, ist ja okay. Dann denkt der Typ, okay, ist bloß ein Skeft davon. Fängt vielleicht die Ballerei mit dem Skeft an. Aber wenn ich dann schieße nicht, dass der Skeft dann schlagt, dadurch mich auch noch ins Visier nimmt. Ja, wo lungert der rum, Alter? Ja, komm, Alter. Ja, die Rogues haben mich schon wieder gesehen, Junge. Gib doch, komm, leck mich doch am Arsch, Alter. Das ist doch, komm, nee. Ach, hör doch auf, Alter. Du willst mich doch verarschen, Mann. Ach, komm, Mama, Junge. Fick dich, du Hurenkind. Im Bus sehen die sich dort. Ach, komm, hör auf, Alter. Ich mache gar nichts. Ich bewege mich nicht, weißt du. Die sehen dich. Ey, komm, ey. Ach, schnauze voll. Das ist doch sinnlos mit diesen Idioten. Ey, das, nee, das kann nicht sein, Junge.